Musik Alles klar? Völlig aus! Jetzt sind ja ehrenschön viele Leute hier. Musik 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 Ich hab's nicht. Oh, ich hab's nicht. Habt ihr mal? Haben Sie nicht. Oh, oh. Das ist meine Eibu. Eine Eibu. Eine Eibu. 400er, 600er. Ey, ich hab keinen Parkplatz gefunden, ne? Ich hab keinen Parkplatz gefunden. Halt einfach unten vor der Einfahrt geparkt. Waren wir auch hier. Wie lange bist du denn schon hier? Seit...ungefähr einer halben Stunde. Ich hoffe, das dauert nicht lange, ne? Na, ich stehe im Halteverbot. Ich versteh das einfach nicht, ja? Komm ich hier an auf der Straße, alles voll, hinten keine Parkplätze, vorne keine Parkplätze. Das soll ne Castingagentur sein. Was ist denn das für ein Laden? Was sprichst du denn vor? Was sprichst du denn vor? Julia Dieter. Ja, das ist ja witzig. Na, ich auch. Hoch! ... ... ... ... ... ... Hey Cindy, du bist gleich dran übrigens. Oh danke Marc, ich freue mich schon drauf. Na klar, kein Ding, bis gleich. Du kennst ihn? Oh Marc, ja, er hat mich für die Heiligen der Stadt gecastet, toller Typ. Na, ich bin ja froh, dass sie ja Berlinerin ist. Mhm. Na, ich komme ja aus Berlin. Mit dem Dialekt habe ich nicht so die Probleme. Was ist mit dir, wo kommst du her? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Mhm. Ja, aber ich habe schon viel Zeit in Berlin verbracht. Ich habe in ein paar Produktionen am Theater des Westens mitgespielt, bevor ich hergezogen bin. Mhm. Ich muss mal wieder. Chris. Ich habe was Besseres mit mir. Was? Ist alles okay? Was? Nichts. Chris. Ich habe dir die beste Zeit mei ... Ist was? Nee, alles gut. Ich habe hier nur die Seite 76 überflogen. Ich liebe einfach diese Ironie in der Szene. Mhm. Da ist ganz schön viel Ironie in der Szene. Ganz schön witzig. Ja. Ganz schön ironisch. Chris. Ich habe was Besseres. Was ist? Hast du noch ein ironisches Ding? Sag mal, hast du ein Problem? Nein. Nein, es ist ... Ja, was? Was ist? Was ist? Sag mal, lachst du mich aus? Nein! Doch! Was? Du kannst mir mal, du Schlamper. Danke. Super Sache. Ich danke euch sehr. Wir haben entschieden, ihr beiden habt die Rolle. Oho! Oho! Danke. Wo seid ihr? Wir freuen uns auf den Dreh. Und den Rest machen wir mit der Agentur. Beste. Danke. Boah, wie ist das Beste. Mhm. Wir sehen uns schon wieder. Damit es beginnede. Ricin, wie bei der Woche 1-Jartese Meemweiler auszuschthandl� Archives und dem Beste� wp-joen. Untertitelung des ZDF, 2020